Hallo liebe Fußballfreunde, ich bin Arjen Rommel. Jetzt geht's los. Das ist ein Jahrhunderttor für deutsche Verehrer. Ich bin Arjen Rommel. Ich bin Arjen Rommel. Das ist unglaublich. Ich bin Arjen Rommel. Ich bin Arjen Rommel. Ich bin Arjen Rommel. Ich bin Arjen Rommel. Ja! Ja! Niederland in der Finale. Das kann ich nicht so sagen. Ich bin Arjen Rommel. Schauen Sie sich das an, was da los ist! Schauen Sie sich das an! Ich bin Arjen Rommel. 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 Torben versucht direkt und versucht mit ganz großer Kunst. Und das ist auch ein Studierend. Was für ein unfassbares Tor! What a boy, what a boy goal! Brilliant! Just brilliant!